Servus Leute, unter dem Sinne herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Scooper und damit zur Zusammenfassung des ersten Panels der CitizenCon auf meinem Kanal. Und wir betrachten heute das Panel Locked Up mit Luke Presley, dem Persistent Universe Lead Designer und in diesem Panel ging es vor allen Dingen um die Gefängnisse, welche in kommenden Patches im Star Citizen Persistent Universe implementiert werden sollen. Um genau zu sein, im Patch 3.9, da soll das erste Gefängnis dann erscheinen. Da wir allerdings aktuell noch nicht so wirklich etwas über die Gefängnisse wissen, widmete sich dieser Panel vor allen Dingen den grundlegenden Design-Elementen des ersten Gefängnisses in Star Citizen. Warum ist das wichtig? Weil es im Star Citizen Universe natürlich viele, viele Spieler mit vor allen Dingen sehr viel Freiheit in einem riesigen Universum gibt. Das heißt, es gibt natürlich auch Spieler darunter, die zu Fehlverhalten neigen, was dann wiederum anderen Spielern auch den Spaß verderben kann. Und deshalb muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, die Freiheit der Spieler nicht einzuschränken, sie aber eben für Fehlverhalten zu bestrafen. Werfen wir mal einen Blick an dieser Stelle auf einige der vielen Straftaten, die im Universe ausgeübt werden können. Das Ganze wurde hier eben auf einer Folie während des Panels gezeigt. Und man merkt schon, da ist jede, jede Menge an potenziellen Straftaten aufgelistet. Und dadurch ergibt sich dann natürlich auch ein bisschen der Sinn und Zweck von Gefängnissen im Star Citizen-Universum. Und da gibt es zum einen den, ja, legalen Zweck eines Gefängnisses, der ähnlich wie halt eben auch im echten Leben ist. Das heißt, die Verbrecher sollen irgendwo eine gerechte Strafe erhalten. Das Universum soll für kurze Zeit von Problembürgern befreit sein. Spieler sollten sich zweimal überlegen, ob sie überhaupt erst eine Straftat ausüben. Und das Verhalten der Spieler sollen natürlich auch zum Positiven verändert, beziehungsweise umerzogen werden. Es gibt allerdings auch noch etwas zwielichtigere Gründe, um eben in ein Gefängnis hineinzukommen oder vielleicht auch in ein Gefängnis hineinzuwollen. Hier wurden unter anderem aufgelistet, dass man Kontakte mit anderen Insassen knüpfen könnte, wollen könnte, dass man Items aus Gefängnis rein- oder rausschmuggeln möchte, dass man Leuten beim Ausbruch hilft, an Insassen herankommen möchte, einen kleinen Insassen vielleicht sogar beschützen möchte oder aber sich sogar vor Gefahren von außerhalb des Gefängnisses schützen möchte. Ihr merkt also schon, es gibt definitiv zahlreiche Gründe für einen Spieler im Persistent Universe, ein solches Gefängnis besuchen zu müssen oder sogar zu wollen. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick in ein Gefängnis, so wie es eben im Persistent Universe aussehen könnte, und zwar eines der Clasher Rehabilitation Facilities Firma und bitte beachtet, dass es sich hierbei um eine sehr frühe Designkonzeption eines solchen Gefängnisses handelt und daher natürlich nichts finales. Es soll lediglich ein wenig die Stimmung innerhalb eines solchen Gefängnisses rübergebracht werden. Das gezeigte Gameplay demonstriert durchaus eine sehr düstere Atmosphäre, wie man sich das bei einem solchen Science-Fiction-Gefängnis vielleicht auch vorstellt. Es gibt da ja zahlreiche Beispiele aus Film und Fernsehen, wie zum Beispiel bei Man in Black 3, falls den jemand gesehen hat am Anfang des Filmes, waren sie in so einer Art Weltraumgefängnis. Oder vielleicht auch bei Guardians of the Galaxy, was ja an sich ein sehr bunter Film ist, aber auch da, finde ich, ist das Gefängnis, in welchem sich ein Teil des Films abgespielt hat, durchaus sehr düstere rübergekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich das Gefängnis, was in eben diesem Gameplay-Part gezeigt wurde, ein wenig an das Gefängnis aus Guardians of the Galaxy erinnert hat, mit dem Wachturm in der Mitte und den Zellen da so außenrum. Das hat mich schon sehr daran erinnert. Und in diesem Gameplay wird dann eben auch eine Ausbruchsszene gleich dargestellt. Man sieht gleich, es ist ein sehr großer Gefängniskomplex. Es gibt viele Gänge und Tunnel für eben einen Ausbruch. Natürlich fehlen jetzt in diesem Gameplay noch Wachen und NPCs an sich, aber es ist eben, wie gesagt, eine sehr, sehr frühe Iteration dieses Gefängnisses. Und da wird sich noch einiges ändern. Ja, das Gefängnis findet an dieser Stelle oder ist an dieser Stelle auf einem Mond bzw. einem Planeten platziert. Ich hoffe allerdings, dass es in Zukunft eben auch Gefängnis-Raumstationen geben wird, weil das eben auch sehr gut, finde ich, in dieses komplette Star Citizen-Prinzip und Universum hereinpassen würde und eben noch ein bisschen mehr diesem Science-Fiction-Vibe entsprechen würde, wie ich das von einem solchen Gefängnis erwarte. Natürlich ist es aber an dieser Stelle auch sehr cool, das Ganze auf einem Planeten und Mond zu haben. Da ist irgendwo dann auch wieder, öffnen sich mehrere Möglichkeiten, die man dann vor allem auch ins Gameplay einfließen lassen kann. Wäre schön, wenn wir in Zukunft da beides haben werden. Einmal im All, einmal auf dem Mond oder Planeten. Aber ich bin mir auch eigentlich sehr sicher, dass das in Zukunft dann auch noch kommen wird. Ja, im Anschluss an die Gameplay-Demo gab es dann natürlich auch noch eine kurze Erklärung zum Ganzen. Man wacht natürlich zunächst einmal in seiner Zelle auf. Ein Zellenblock hat derzeit ca. 64 von diesen Zellen. Für die erste Iteration wird es erstmal nur einen Zellenblock davon geben. In der Mitte, das ist auch tatsächlich ein Wachturm, so wie ich mir das schon vorgestellt hatte mit dem Guardians of the Galaxy Vergleich. Das Gefängnis soll auch sehr stark automatisiert sein. Das heißt, es wird automatische Wachtürme, Sensoren und so weiter geben. Das heißt, vielleicht auch gar nicht so super merkwürdig, dass wir noch keine NPC-Wachen da unbedingt gesehen haben. Da wird es vermutlich dann auch in Zukunft nicht so super viele von geben, wenn das meiste automatisiert ist. Außerdem befinden sich unter dem Wachturm an sich Terminals für die Insassen, wo die verbleibende Zeit der Bestrafung und andere notwendige Infos abrufbar sein werden. Der Tunnel, durch den wir in dem Gameplay gegangen sind mit dem Spielercharakter, das war die Mining Area des Gefängnisses. Das heißt, hier wird man als Insasse einen Bergbau betreiben können, um somit zum Beispiel auch seine Strafe absetzt zu können. Insassen werden also auch eine Art Ort haben, wo sie sich ein Mining Tool besorgen können, um an der Mine zu arbeiten. Das heißt, auch das wird es geben. Und die Minen sollen wohl ähnlich wie Höhlensysteme aufgebaut sein, die wir aktuell ja auch schon im PU haben. Jedoch gerade in der Nähe des Minenausgangs noch deutlich stärker beleuchtet und ausgebaut sein, weil es halt eben tatsächlich eine Mine ist, die vom Gefängnis dann schon so quasi befestigt wurde. Das also als Erklärung nochmal zu dem, was wir da gerade gesehen haben. Kommen wir nun zu einem kurzen Lore-Aspekt bezüglich der Clasher Rehabilitation Facilities. Das Ganze soll ein privates Unternehmen für Verhaltenskorrektur sein. Zumindest sagen das so ihre Broschüren. In Wahrheit arbeiten die Insassen in gefährlichen Minen. Das Gefängnis ist größtenteils automatisiert. Die Wachen sitzen hier hinter Geschütztürmen und die Verhaltensänderung soll eben durch Motivationsansprachen aus einer Lautsprecheranlage kommen. Das heißt, wirklich effektiv wird hier vermutlich keine Verhaltenskorrektur betrieben. Das Ganze ist eher so eine Art Tarnung, um eben Insassen an menschenunwürdigen Arbeitsplätzen eben in solchen Minen, die extrem gefährlich für den Menschen sind, arbeiten zu lassen und eben Profit für das Unternehmen herauszuholen. So hundertprozentig legitim und gut klingt das eigentlich nicht, aber na gut, was erwarten wir von einem solchen Zukunfts-Science-Fiction-Gefängnis? Genau sowas sollte es in meinen Augen auch sein. Ja, und wie wenig Wert Clasher Rehabilitation Facilities tatsächlich auf eine effektive Verhaltenskorrektur legt, sieht man eigentlich daran, dass im Laufe der Zeit schon sehr, sehr, sehr viele Leute aus eben deren Gefängnissen ausgebrochen sind. Im Falle des ersten Gefängnisses des Persistent Universe, das, was wir auch gerade gesehen haben, ist das allerdings kein großes Problem. Die Einrichtung befindet sich nämlich auf dem höchsten Mond Aberdeen. Ein Ausbruch aus diesem Gefängnis würde vermutlich ohnehin tödlich für den Flüchtigen enden. Wir haben es bereits während der Hauptdemo der diesjährigen CitizenCon gesehen. Es wird aktuell an Wettereffekten für das Persistent Universe gearbeitet, welche nicht nur einen optischen Effekt haben werden, sondern auch einen tatsächlichen Einfluss auf das Wohlbefinden des Spielers haben werden. Hierbei spielen dann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und so weiter eine Rolle. Und dementsprechend würde es dann natürlich auch Planeten und Monde geben, die beispielsweise so kalt sind, dass Menschen nur mit bestimmten Anzügen auf ihn überleben können. Auf Aberdeen herrschen dabei ähnliche Wetterbedingungen und Temperaturen wie auf der Venus. Das bedeutet Temperaturen von circa 400 Grad Celsius und das kann einfach keiner überleben. Dementsprechend, wie gesagt, macht es eigentlich relativ viel Sinn, dass Clash Rehabilitation Facilities ihr Gefängnis auf Aberdeen gebaut haben, weil sie da eben kein großes Risiko eingehen, dass Leute Fluchtversuche wagen, weil sie eben an der Oberfläche einfach sterben würden, ohne dass eben dort bereits ein Schiff auf sie wartet oder sie einen sehr schützenden Anzug haben, den sie im Gefängnis selbst sicherlich nicht bekommen werden. In Klammern, zumindest nicht auf legalem Wege. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Gameplay-Loop in einem Gefängnis. Wie wird das finale Gameplay in einem Gefängnis aussehen? Es sei angemerkt hierbei final, das heißt die nun angesprochenen Features und Ideen werden nicht alle in der ersten Iteration enthalten sein, sondern so stellt man sich bei CIG das komplett durchdesignte Gefängnis-Gameplay dann am Ende vor, zumindest nach aktuellem Stand. Und hier soll es so sein, dass man zunächst einmal im Gefängnis landet, sollte man im Gefecht mit Sicherheitskräften, der Polizei oder sogar dem UII oder Kopfgeldjägern ums Leben kommen oder indem man sich eben vor diesen ergibt, ohne dabei halt sterben zu wollen, dann landet man im Gefängnis. Nachdem man gefangen genommen wurde von eben einer dieser Parteien, wird einem die gesamte Ausrüstung genommen und man wacht im Gefängnis in seiner Zelle in Gefängniskleidung auf. Die Dauer der Gefängnisstrafe wird hierbei nicht in Zeit gemessen, sondern in sogenannten Merits, was zu deutsch auch Verdienste bedeutet. Solange sich ein eingebuchteter Spieler nicht daneben benimmt, wird er langsam Merits generieren. Theoretisch könnte man also einfach eine gewisse Zeit, je nachdem wie stark die Strafe ausfällt, warten, um diese Merits zu generieren und dann im Anschluss freizukommen. Es gibt jedoch auch Wege, um schneller an diese Merits zu gelangen und somit seinen Aufenthalt zu verkürzen. Ein einfaches Beispiel, ein Insasse verdient ein Merit pro Minute und benötigt 50 Merits für seine Freilassung. Er könnte also ganz einfach 50 Minuten auf seine Freilassung warten, ohne etwas dafür zu tun. Der kann zum Beispiel auf K gehen oder sonst irgendwas tun. Alternativ könnte er aber auch Jobs innerhalb des Gefängnisses erledigen, um somit seine Strafe drastisch zu verkürzen. Während es hier reich zahlreiche Methoden gibt, ist die wohl einfachste das Erwirtschaften von Ressourcen für das Gefängnis in der Mine. Die Merits lassen sich außerdem für Werkzeuge oder Upgrades ausgeben, welche es dann wiederum noch leichter, schneller und effizienter ermöglichen, an weitere Merits heranzukommen. Ein kostenloses Multitool bekommt ihr aber zunächst vom Gefängnis selbst gestellt. Das heißt, das müsst ihr euch nicht irgendwie erst erarbeiten bzw. darauf warten, dass ihr genug Merits für ein solches habt. Wichtig ist, außerhalb des Zellenblocks gibt es keine Luft zum Atmen. Spieler müssen also immer wieder zu Sauerstoffstationen zurückkehren, um ihre Vorräte neu aufzufüllen. Je tiefer sie sich in der Mine befinden, desto länger brauchen die Maschinen, um den Sauerstoff wieder aufzufüllen. Das heißt, solltet ihr wirklich versuchen, durch Mining an eben diese Merits heranzukommen, müsst ihr ein bisschen abwägen. Geht ihr tiefer in die Höhle hinein und kommt dadurch an die selteneren Rohstoffe oder bleibt ihr lieber etwas weiter oben in der Mine. Dadurch dauert es länger. Aber ihr müsst eben nicht ständig den Sauerstoff nachfüllen bzw. darauf achten, dass ihr noch genug Sauerstoff habt. Wie bereits erwähnt, wird das Mining aber auch nicht das Einzige sein, womit ihr Merits verdienen können. Neben dem Mining wird es natürlich auch noch andere Möglichkeiten geben, um an diese heranzukommen. Zum Beispiel könnte das Gefängnis den Auftrag ausstellen, dass bestimmte Pflanzen oder andere Rohstoffe aus den Minen benötigt werden, die ihr dort dann einfach einsammeln könnt. Es könnte auch Kopfgelder auf gewalttätige Insassen geben, welche man einsacken könnte, indem man diese ausschaltet oder gar tötet. Und genauso gut könnten dann auch andere Insassen einen solchen Auftrag an euch übermitteln oder gar persönlichen Schutz beantragen und dafür dann an euch Merits übertragen. Merits lassen sich im Übrigen auch anders verwenden als nur für die Freilassung oder aber für das Kaufen von Upgrades und neuen Mining-Tools. Zum Beispiel lassen sich Merits an andere Insassen übertragen, sodass beispielsweise ein Freund, der länger sitzen muss, zur gleichen Zeit fertig wird wie ihr. Man könnte somit auch eine Art Arbeitsteilung schaffen, wobei das letzte Glied die gesamten erwirtschafteten Merits auf alle Mitarbeiter aufteilt. Eine noch interessantere Methode wäre das Gambling. So soll es später auch Kämpfe zwischen Insassen geben, auf welche man seine Merits setzen kann, um somit möglicherweise deutlich schneller seine Freilassung zu erreichen. Oder eben deutlich langsamer sollte man Pech haben beim Setzen auf den falschen Insassen. Da man sicherlich auch selbst an solchen Kämpfen teilnehmen kann, sollten wir an dieser Stelle vielleicht auch mal über den Tod im Gefängnis reden. Was passiert mit unserem Charakter? Sollten wir im Gefängnis ums Leben kommen? Wir werden ganz einfach wieder in unserer Zelle aufwachen und dann geht es ganz normal weiter. Ob unsere Merits hierbei erhalten bleiben oder wir quasi wieder von vorne beginnen werden, wird an dieser Stelle nicht während des Panels erwähnt. Das wäre aber sicherlich nochmal eine ganz interessante Frage, die sich aber vermutlich ohnehin mit dem Release des ersten Gefängnisses im PU dann auch beantworten wird. Natürlich stellt sich außerdem die Frage, was passiert, wenn wir die Regeln des Gefängnisses brechen? Wie wirkt sich das auf unsere Strafe aus? Und sollte es sich wirklich nur um kleinere Verstöße handeln, müsst ihr nur mit einer verhältnismäßigen Verlängerung eurer Strafe rechnen. Sollte es allerdings zur Ausübung von Gewalt kommen und ihr fallt deswegen auf, dann bringt das Ganze stärkere Bestrafung mit sich. So könnte vom Gefängnis ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt werden, euch könnten Merits abgezogen werden, die Konsolen im Gefängnis könnten eure Eingabe verweigern oder aber es könnte sogar dazu kommen, dass die automatischen Geschütztürme des Gefängnisses auf euch feuern. Was dann natürlich zu eurem Tod führen würde, wodurch ihr dann wieder im Gefängnis auswacht und ich denke mal, damit hat sich auch die Frage geklärt, ob sich die Zeit dann verlängern wird, beziehungsweise ihr wieder von vorne eure Strafe absetzen müsst und davon gehe ich an dieser Stelle relativ stark aus. Ein wichtiger Bestandteil des Prison Gameplays ist natürlich auch die Freilassung, nachdem man seine Strafe dann tatsächlich erfolgreich abgesessen hat und hier werdet ihr euch zunächst im Gefängnis mit den vollständigen Merits melden müssen und anschließend an eurem letzten Spawnort aufwachen mit dem Loadout, welches ihr eben vor eurer Festnahme bei euch hattet. Das heißt, danach geht es dann quasi ganz normal weiter an dem Punkt, wo ihr aufgehört habt. Ihr habt dann lediglich einiges an Zeit im Gefängnis verbracht. Was aber, wenn ihr das Gefängnis auf illegalem Wege verlassen wollt, wie funktionieren Ausbrüche und mit welchen Folgen ist zu rechnen, sollte der Ausbruch fehlschlagen? Zunächst einmal wird es natürlich Routen für einen potenziellen Ausbruch geben. Wie gesagt, sowas haben wir auch schon in dem Gameplay-Part von gerade gesehen. Wie aber schon zuvor erwähnt, werdet ihr wohl mit mangelndem Sauerstoff und später auch dem Klima des Mondes, beziehungsweise des Planeten oder vielleicht sogar des Alls zu kämpfen haben, auf dem sich das Gefängnis dann befindet. Wichtig ist auch, dass ihr innerhalb des Gefängnisses nicht mit der Außenwelt kommunizieren können werdet, da sämtliche Signale aus dem Gebäude unterdrückt werden. Es könnte allerdings möglich sein, dass es in den Minen eines Gefängnisses kleine Schlupflöcher für Kommunikation geben wird, wo ihr dann trotzdem Empfang zur Außenwelt herstellen könnt, von denen ihr dann ein Signal an eure Freunde oder Organisationsmitglieder senden könnt. Außerdem wird euch CAG natürlich nicht verbieten können via Teamspeak oder Discord irgendwie zu kommunizieren. Wer aber konsequent Roleplay betreiben möchte, sollte das im Hinterkopf behalten. Spieler, die während eines Ausbruchs erwischt werden, erhalten eine Bestrafung, die sich auf die abzusetzende Zeit auswirkt und landen dann dementsprechend wieder in ihrer Zelle. Bei Spielern, die erfolgreich geflohen sind, sieht das Ganze ein wenig anders aus. Sie sind noch nicht hundertprozentig fertig mit dem Gefängnis, denn Insassen wird ein Tracking-Chip implementiert, sodass Spieler nach einem Ausbruch als flüchtig markiert und zum Ziel von Kopfgeldjägern und Sicherheitskräften werden. Das ist dann ähnlich, wie wenn ihr zum Beispiel ein Fünfer-Crime-Stat habt. Sobald ihr euch irgendwie innerhalb von Com-Links bewegt, die eben diesen Sicherheitskräften zur Verfügung stehen, werdet ihr mit Angriffen durch eben Sicherheitskräfte oder Kopfgeldjäger rechnen müssen. Gegebenenfalls wird sogar das Militär auf euch aufmerksam werden. Sollte ein Spieler in einer solchen Situation außerhalb des Gefängnisses von besagten Sicherheitskräften getötet oder gefasst werden, wird dieser Spieler umgehend zurück ins Gefängnis verfrachtet und erhält eine hohe Strafe. Spieler können jedoch all dies verhindern, indem sie sämtliche ihnen erlegte Strafen durch Hacken der Kriminaldatenbanken entfernen und sich somit quasi vom Gefängnis befreien. Ja, das war dann auch quasi alles, was direkt während der Präsentation erklärt und vorgestellt wurde. Im Anschluss gab es dann noch ein kurzes FAQ. Daraus habe ich jetzt mal die wichtigsten und interessantesten Fragen rausgesucht. Die erste Frage hierbei war, ob die Meritzeit, also die Zeit, die man benötigt, um Merits zu generieren, nach Ingame-Zeit berechnet wird oder eben echte Zeit ist. Und aktuell sollen solche Merits eben nur generiert werden, wenn man sich wirklich im Spiel befindet. Ansonsten würde es ja auch irgendwo am Ziel der Bestrafung vorbeigehen, wenn man sich quasi einfach ausloggen könnte, am nächsten Tag dann weiterspielt und die Zeit abgelaufen ist. Dann hat die Strafe ja an sich irgendwo auch nichts gebracht. Das heißt, man soll tatsächlich, während man eben eine solche Strafe hat, während man im Gefängnis ist, diese Strafe auch wirklich im Spiel abarbeiten bzw. absitzen müssen. Die nächste Frage war dann, ob auch Spieler die Möglichkeit haben werden, andere Spieler mit einem Crime-Stat gefangen zu nehmen. Wenn man zum Beispiel als Kopfgeldjäger unterwegs ist, wird man dann eben auch bestimmte Kriminelle einsammeln können und diese ans Gefängnis ausliefern können. Und auch das wird tatsächlich möglich sein, wenn sich ein Spieler beispielsweise ergibt, wird auch ein anderer Spieler in der Lage sein können, besagten Spieler festzunehmen und ihn dann eben ans Gefängnis auszuliefern. So wird es auch Organisationen geben, welche euch quasi für das UEI oder lokale Sicherheitskräfte arbeiten lassen. Die nächste Frage war, wie plant man Gefängnisausbrüche dynamischer zu gestalten? Aktuell sollte ja ein Spieler, der bereits einmal ausgebrochen ist, in der Lage sein, dies genau so erneut zu schaffen. Vorausgesetzt, es geht ums gleiche Gefängnis. Und tatsächlich ist dafür erstmal nichts geplant, bis auf die Tatsache, dass ein solcher Ausbruch tatsächlich einiges an Skill und Vorbereitung abverlangen wird. So muss zum Beispiel erst eine gewisse Ausrüstung erarbeitet werden oder bestimmte Felsen innerhalb einer Höhle müssen abgebaut werden, um einen passenden Pfad zu eröffnen. Hierbei sei auch angemerkt, dass sollte man sich gerade im Ausbruch befinden und man muss bestimmte Felsen freiraum, das Ganze unter starkem Zeitdruck geschieht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der ein oder andere in einem Gefängnisausbruch in einer solchen Situation den Felsen sprengt und sich dabei selbst verletzt und dadurch der Ausbruch scheitert. Das heißt, es gehört durchaus einiges an Geschick und können dazu, einen solchen Ausbruch nicht nur vorzubereiten, sondern ihn auch im Endeffekt auszuführen. Spieler, die gerade erst frisch ins Gefängnis bekommen sind und dort noch überhaupt gar keine Connections oder sonst irgendwas haben, werden vermutlich nicht in der Lage sein, einen solchen Ausbruch durchzuführen, ohne sich zuvor einige Tools zu erarbeiten. Ja, und die letzte Frage war dann, ob es passend zum Gefängnis auch eine Art Gerichtssystem im Persistent Universe geben wird mit so einer Art NPC-Richtern und Anwälten, die dann darüber entscheiden, ob die Strafe angemessen ist, wie stark sie ausfallen soll und ob man vielleicht unschuldig ist und sonst was. Und sowas ist ganz klar erstmal nicht geplant. Es wäre auch extrem schwer, ein sinnvolles Gerichtssystem in der Art und Weise zu designen, was mit NPCs funktioniert und auch was mit Spielern funktioniert. Und darauf kann man erstmal, glaube ich, verzichten und ich persönlich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung ist. Also da wird es dann vermutlich auch wieder ein bisschen zu komplex werden und ein bisschen zu wirr und ich glaube nicht, dass es das ist, was wir unbedingt brauchen werden. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen schwierig, immer ein passendes Strafmaß zu ermitteln und vielleicht wird sich der ein oder andere Spieler unangemessen bestraft fühlen. Aber so ist das dann eben halt. Es ist ja auch wirklich dann immer nur ein Gefängnisaufenthalt, der, sage ich jetzt mal, nicht unendlich lange anhalten wird. Und zumal die Entwickler auch gesagt haben, dass das Gefängnis-Gameplay durchaus einen gewissen Reiz haben soll. Also es ist nicht so, dass man in diesem Gefängnis dann wirklich einfach weggesperrt ist und man hat einfach überhaupt gar keinen Spaß daran, sondern generell soll das natürlich auch ein paar Gameplay-Anreize bieten. Und ich bin da auf jeden Fall ganz gespannt, wie das Gameplay jetzt auch in der ersten Iteration mit der 3.9-Version aussehen wird, was von diesen vorgestellten Elementen schon enthalten sein wird. Und freue mich eigentlich auch darauf, das Gefängnis erstmals erkunden zu dürfen. An dieser Stelle hoffe ich, das Panel hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr von den Design-Ideen zum Gefängnis-Gameplay haltet. Ich hoffe, ich habe keine Informationen vergessen. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. In den kommenden Tagen werden dann auch weitere Panels folgen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Haut rein. Ciao und tschüss.